Was geht ab Leute Seid ist wieder da und zwar mit den neuesten Informationen aus dem Databook V-Recard. Und weil ich nicht extra dazu ein neues Video mach wegen den kleinen paar Informationen kommen auch gleich die neuesten heißen Infos aus dem neuen FPS von Band 92 mit dazu. Ab ihr wisst ja wie immer nach einem kurzen Intro. Fangen wir auch direkt mal an und zwar mit unserer älteren Dame Tsuru und zwar hat sie bestätigt Observationshaki und auch Rüstungshaki. Für so ne alte rüstige Rentnerin hat sie es wohl ziemlich drauf. Dann die heiße Information über Sengok den Buddha. Auch er hat bestätigt Observationshaki und auch Rüstungshaki. Konnte man ziemlich erhren. Aber was jetzt genial ist, er ist der erste aus der Marine der bestätigtes Königshaki hat. Nein kein Akaino, kein Aokichi, kein Fujitora, Kusan oder auch nicht Garb, nein es ist Sengok der erste aus der Marine mit bestätigtem Königshaki. Zudem sagt die V-Recard aus er wäre einer der wenigen die das Geheimnis der Welt kennen. Hier ist jetzt die Frage was mit dem Geheimnis der Welt gemeint ist. Einfach nur der Schatz von Mary Joa oder weiß er über Imsama Bescheid. Dann gehts auch direkt weiter mit der ehemaligen Marine Mitglieder und zwar Aokichi, auch dieser beherrscht Rüstungshaki und Observationshaki. Oder wenn wir etwas mal einen anderen Weg schlagen rüber zu CP Zero haben wir unseren Rob Luki, den wir schon lange nicht mehr gesehen haben, aber der wohl ziemlich mächtig geworden ist, denn auch er ebenfalls beherrscht sowohl Rüstungshaki als auch Observationshaki. Dann kommen wir direkt mal rüber zu Garb und auch er beherrscht Rüstungshaki und Observationshaki. Was jetzt aber wirklich extrem spannend an der Sache ist, bei ihm steht nichts von einem Königshaki. Das heißt sein Enkel Ruffy hat Königshaki und Garb nicht. Sengok hat Königshaki und Garb nicht. Wurden doch beide immer als so ungefähr gleich stark angesehen. Okay interessant ist vielleicht Sengok der Buddha der Großadmiral geworden eben weil er das Königshaki hatte oder will oder einfach noch nicht preisgeben das Garb Königshaki hat. Denn sowohl bei Aka Inu als auch bei Kusan als auch bei Aokichi nirgendswo stand dran, dass sie Königshaki beherrschen, immer nur Observationshaki und Rüstungshaki. Heißt entweder können sie jetzt wirklich nicht oder aber oder will uns das einfach noch nicht preisgeben und lässt es einfach in dieser Vivray Card aus. Da müssen wir mal gespannt sein. Dann kommen wir als nächstes nicht zu Rob Luki, den hatten wir ja gerade eben, ne zu Sabo. Auch dieser beherrscht sowohl Rüstungshaki als auch Observationshaki. Auch hier wieder es steht nichts über irgendeinen Königshaki. Das heißt wir hätten Ace mit dem Königshaki, wir hätten Ruffy mit dem Königshaki, aber Sabo der Lappen ohne. Dann unser momentaner Lieblingsadmiral, zumindest meiner, ich weiß nicht wie es bei euch aussieht, Ujitora. Und zwar ist endlich rausgekommen was seine Teufelsfrucht ist. Und zwar heißt sie die Sushi-Sushi-Nomi. Frei übersetzt sowas wie die Stampf-Stampffrucht. Sushi ist das Geräusch, was ein Sumoringer macht, wenn er aufstampft. Ihr kennt es ja. Sushi. Sushi. Komisches Geräusch, also was die Japaner da hören, naja sehr seltsam. Was interessant an der Sache ist, bisher ging man ja immer davon aus, dass es so eine Art Gravitationsfrucht wäre. Aber nein, sie heißt nun mal eben nicht Gravitationsfrucht, sondern Stampffrucht. Ist jetzt die Frage, ob das so eine Inferior Version davon ist, also einfach eine etwas abgeschwächte Version der Gravitationsfrucht. Im Oro-Jackson-Forum war schon davon die Rede, dass er möglicherweise die Gravitation nur so beeinflussen kann, eben in die vertikale Richtung, aber nicht in das horizontale. Wobei, wenn ich mich so richtig erinnere, er hat doch auch diesen ganzen Müll und Schrott und kaputten Häuser und sowas in Dressrosa hochgehoben. Hatte die nicht auch so ein bisschen irgendwie zur Seite oder sowas bewegt? Ganz ganz komisch. Das müssen wir uns auf jeden Fall nochmal angucken. Dann, ein bisher noch sehr 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 unbekannte Charakter und zwar Stussy von der CP Zero. Sie beherrscht sowohl Observations-Haki als auch Rüstungs-Haki. Was interessant aber bei ihr ist. Bei ihr steht beim Alter Top Secret. Warum dürfen wir nicht erfahren wie alt sie ist? Was hat Oda da schon wieder zu verbergen? Naja, das waren erstmal die Informationen aus dem Databook V-Recard. Kommen wir nun zu zwei kleineren Informationsbröchen aus dem FPS von Band Nr. 92. Und zwar, hat ein User Oda die Frage gestellt, bitte 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 Oda zeichnet doch mal Zorius Schwerter, wenn sie Menschen wären. Und was dabei herausgekommen ist, ist letzten Endes das hier. Okay, also das Wado Ichimonji sieht dumm aus. Das Sandai Kitsetsu sieht dumm aus. Und das Jouzui sieht ebenfalls dumm aus. Das Jouzui sieht ein bisschen aus wie dieser Magai hier aus Marineford, der von der Whitebeard Bandit der Verbündete mit dem Elektroschwert. Warum zeichnet Oda Zorro Schwerter als Menschen wie so Dulli Charaktere? What the fuck soll das sein? Naja, auf jeden Fall hat auch ein anderer User Oda darum gebeten etwas zu zeichnen. Und zwar Nami, wie sie aussehen würde, wenn sie 40 bzw. wenn sie 60 wäre, wenn ihr Leben gut verläuft und wenn ihr Leben schlecht verläuft und das hier ist das Ergebnis. Ja, mit 40 Jahren sieht, wenn das Leben gut läuft, sieht sie schon ziemlich knackig aus und sagt zu irgendwem, hey, wenn du erwachsen wirst, komm vorbei Baby. Okay, mit 40 will sie wohl einen Toyboy haben. Und auch mit 60 sieht sie noch ganz okay aus, wobei ich die Frisur einfach nur bäh finde. Ähm, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber in irgendeiner Form mit den 60 Jahren hier dieses Bild, was hier da ganz rechts oben ist, sie hat eine gewisse Ähnlichkeit, zumindest was die Frisur angeht, wie Shacky. Hm, komisch. Naja, auf jeden Fall, wenn ihr Leben aber schlecht verläuft, dann sieht sie mit 40 nämlich so aus, wie so eine alte Schreckschraube, so ein Stückchen weit wie Mutter Karamell. Und mit 60 sieht sie dann sogar so aus und verkauft irgendwie, ja, Drogen. Okay, Nami zum Glück verläuft ihr Leben ja momentan noch ziemlich gut, also können wir darauf hoffen. Ja, gut, das waren auch die ganzen Informationen aus dem Databook Reveal Card und aus der FPS. Es kann sein, dass in den nächsten Tagen noch mehr Informationen liegen, denn bisher sind die Karten ja noch nicht offiziell erschienen. Das heißt, alle Informationen sind bisher noch mit ein bisschen Salz zu genießen, da es freie Übersetzungen aus dem Oro Jackson oder dem Arlung Park Forum sind und noch keine offiziellen Übersetzungen. Also es kann sich hierbei immer noch ein bisschen was ändern. Deswegen alles einfach mal mit ein bisschen Vorsicht genießen. Aber da ich den Leuten von Oro Jackson und vom Arlung Park Forum ziemlich sehr vertraue, was ihr Japanisch angeht, glaube ich, können wir ziemlich sicher sein, dass es auch genau so kommen wird, wie sie gesagt haben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr ja, Daumen nach oben, klick auf den Abo-Button und wenn ihr mal ein paar Livestreams von mir sehen wollt, ich beim Zocken zum Beispiel wie Momentan, Jump Force oder wenn ich mal wieder einen One Piece Stream mache, der schon letzte ist, wird schon wieder zwei Wochen her, aber kommt sicherlich auch mal wieder, dann schaut doch einfach bei mir auf Twitch vorbei und zwar unter www.twitch.tv slash insane-network-tv. So geschrieben. Bis zum nächsten Video. Wünsche ich euch wie immer viel Spaß und hau rein. Ciao.